Es ist sau frustrierend, als Mann heutzutage keine Partnerin zu finden. Und wenn du links und rechts guckst, gibt es so viele glückliche Pärchen. Wer hat daran eigentlich Schuld, dass Männer heutzutage es so schwer haben, eine Partnerin zu finden? Ich glaube, du bist schuld, Dominik. Ich habe so die Schnauze voll davon, dass du das immer sagst. Ich sage, du hast die Schuld. Okay, naja, dann ist vielleicht keiner von uns beiden schuld. Vielleicht bist du schuld, lieber Zuschauer. Oder Frauen sind schuld. Oder alternativ liegt die Schuld vielleicht ganz woanders. Und wir müssten erstmal den Schuldigen finden. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Heute wollen wir uns dieser Frage nach der Schuld stellen. Und du wirst sehr überrascht sein, wohin die Reise geht. Weil es gibt einen Weg, mit dem du diese Leichtigkeit endlich wieder fühlen kannst. Womit du auf Frauen zugehen kannst und du keine Angst mehr hast davor, was du einer Frau sagen sollst. Oder sie küssen sollst oder mit ihr eine Partnerschaft beginnen kannst. Es ist sehr attraktiv, was wir dir heute beibringen. Sehr anziehend. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Mein Name ist Andy Friday. Das war eben Dominik van Aver, unser Experte für Selbstbewusstsein. Lass uns loslegen. Und Schuldzuweisung. Ich sollte doch eigentlich wissen, wie das mit Frauen mittlerweile läuft. Ich muss doch eigentlich, müsste ich das doch gecheckt haben. Ich bin schon 35, 45 oder was auch immer Jahre alt und eigentlich muss es doch klappen. Wirst du dir wahrscheinlich denken. Du bist damit nicht alleine. Das ist das, was, also das hören wir ständig in der Flirt-Analyse, in der Charisma-Analyse von Männern, die, also sei es einfach Männer, die mal hier und da ein bisschen Erfahrung mit Frauen gesammelt haben, aber noch nicht so richtig, irgendwie noch nicht so richtig Fuß fassen konnten in ihrem Liebesleben. und dann irgendwie vielleicht sogar bei Freunden eingeladen sind, mal irgendwie zum Grillen oder irgendwie Freunde haben irgendwie ein neues Kind bekommen oder eine neue Wohnung bezogen und dann schaust du dir das an und dann hast du so das Gefühl irgendwie, okay, die haben das schon und ich nicht und jedes Jahr wird es irgendwie immer schlimmer oder du hattest vielleicht sogar schon irgendwie eine, das kommt auch sehr häufig vor bei den Männern in der Charisma-Analyse. Also Männer, die sich bei uns melden, haben eine Ehe hinter sich, haben schon zwei, drei Kinder in dieser Ehe, Kinder sind dann vielleicht auch sogar schon irgendwie fast erwachsen, erwachsen und dann will die Frau die Scheidung, will die Frau die Trennung. Das ist nicht selten und was diese Männer sich dann denken ist, wie kann es denn sein, ich sollte das doch eigentlich, das sollte doch eigentlich kein Problem für mich sein, eine gut funktionierende Ehe zu führen. Das sollte doch eigentlich kein Problem für mich sein, eine Beziehung zu führen. Wieso kann ich das denn nicht oder beziehungsweise nicht mal der Gedanke, wieso kann ich das denn nicht, sondern es ist eher diese Verdrängung von, ich sollte das doch eigentlich können und das ist Schuld und damit beschäftigen wir uns heute. Also Schuld ist eine der Emotionen, der Bewusstseinszustände, die so gemein ist, weil sie direkt dazu übergeht, dass du oder direkt dir einredet, dass du einfach nur, egal was du tust, Fehler machst. Egal was du tust, alles ist falsch und nicht mal, du brauchst nicht mal etwas tun, du bist direkt schon mit diesem Fehler, also du hast diesen Fehler schon direkt, wie sagt man, geerbt. Der ist einfach schon in dir, in deinen Zellen, in deinem Wesen drin und im besten Fall zeigst du erstmal der Welt und der Frauenwelt, dass du ja nicht so bist, wie sie wahrscheinlich denken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber damit wollte ich dir gerade erstmal nur noch eine Übersicht über die heutige Folge geben, denn wir reden heute über genau diese Schuld. Ja, Schuld ist unglaublich lähmend. Also du wirst ja mittlerweile wahrscheinlich, wenn du uns schon länger zuschaust und die Podcast-Folgen folgst oder dir schon länger Gedanken machst, ob du nicht mal auch in die Flirt- und Charisma-Analyse kommst, ob du nicht auch mal bei uns startest im Coaching, dann wirst du wahrscheinlich den Begriff Leichtigkeit schon öfters gehört haben. Also Leichtigkeit ist ein wichtiges Fundament, um zu flirten, um Frauen zu verstehen, um verführen zu können. Und Schuld, wie fühlt sich Schuld an? Das ist erschwerend. Das lässt uns runter sinken. Da sinken wir den Kopf. Wir sind nicht in Leichtigkeit. Es ist also das Gegenteil von Leichtigkeit, wenn wir uns in der Schuld befinden. Also höchst kontraproduktiv. Und wir suchen dieses Gefühl Schuld, weil es Antworten bietet. Warum kann ich das nicht? Es ist meine Schuld. Oder warum kriegen das andere hin? Es ist die Schuld von X. Bei der Gesellschaft. Meine Schuld. Schuld meiner Eltern. Und so weiter und so fort. Die Frauenwelt ist heutzutage so und da kann man ja auch nichts gegen machen. Schuld ist eine sehr kurzfristig Erleichterung bringende Lösung, weil wir denken, ah, okay, da ist die Schuld. Ach, deswegen. Ach, jetzt bin ich nicht mehr im Nebel der Ungewissheit. Ach, da ist die Schuld. Klar. Aber langfristig höchst kontraproduktiv. Jedes Mal, wenn wir Schuld zuweisen, auch in einem Streit zwischen zwei Personen, das ist natürlich die Basis von gewaltfreier Kommunikation. Wenn du sagst, du hast das falsch gemacht und die andere Person sagt, nein, du hast das falsch gemacht. Diese Schuldzuweisung, die bringt euch ja nicht weiter. Wir wissen ja, was uns weiterbringt, ist, wenn wir von uns selber sprechen. Wir sagen, ich fühle mich so und so. Ohne Wert, ohne dass du da Schuld dran hast. Das wissen vielleicht viele noch gar nicht. Also lass uns da doch direkt gerne mal gerade drauf eingehen, auf diese gewaltfreie Kommunikation, auf diesen Fingerzeigen, auf dieses Fingerzeigen, auf du bist schuld daran, du hast das gemacht. Was passiert da? Was geschieht, wenn du mit dem Finger zeigst, eine Partnerin, ein Geschäftspartner, ein Freund, wobei Männer unter sich, das passiert nicht so häufig wie dann in Beziehungen. Aber was passiert, wenn du mit dem Finger zeigst und sagst, du hast mich verlassen, du hast mich hintergangen, du hast mich vergessen, du hast mich nicht beachtet, du hast meine Bedürfnisse nicht beachtet, du hast meinen Geburtstag vergessen oder was auch immer. Was ankommt, ist nicht, oh, da ist jemand verletzt, ich möchte nicht, dass er verletzt ist, ich will natürlich, dass es ihm gut geht. Nein, was ankommt, ist rein, ich bin das Problem. Ich bin das Problem und wenn ich 100% das Problem bin, dann merken wir schon, da ist eine Diskrepanz. Das kann ja gar nicht sein. Kann ja nicht so sein, dass ich 100% das Problem bin. Weil die andere Person einfach eine andere Wahrnehmung hat über die gleiche Situation. Ja, und das führt natürlich direkt zu einer defensiven Haltung. Reaktiv. Natürlich, wenn du schon dementsprechend sehr viel an dir gearbeitet hast, dann kannst du da vielleicht auch drüberstehen und sagen, interessant, dass du das so siehst. Und dann kann man die andere Person da durchführen. Aber die meisten von uns gehen dann erstmal in die Defensive und sagen, wieso ich? Moment mal, du hast doch dies und das gemacht. Es führt also einfach zu einer Spirale der Schuldzuweisung, die niemanden wirklich weiterbringt, bis es dann irgendwann kracht und man dann endlich anfängt zu sagen, ja okay, ich habe auch Sachen falsch gemacht. Und dann fängt es an. Und was machen dann Menschen? Die entschuldigen sich. Entschuldigen sich, genau. Beziehungsweise, du kannst halt nur um Entschuldigung bitten, das ist ja einfach sprachlich pedantisch gerade von mir. Wir können ja nicht sagen Entschuldigung, weil dann würden wir uns ja selber entschuldigen. Das ist nicht möglich, wir können nur um Entschuldigung bei der anderen Person bitten, dass die andere Person uns entschuldigt. Ja, aber das Konzept grundsätzlich hilft uns halt nicht weiter, weil solange wir in den Definitionen von Schuld denken, suchen wir nach einem Schuldigen. Und das hilft nicht weiter, hilft überhaupt nicht weiter. Es ist leicht zu sagen, ah, Schuld, aber es hilft nicht weiter, weil es nicht eine Handlungsempfehlung ableiten lässt. Nicht so, ah, das sollte ich jetzt nächstes Mal besser machen oder das sollten wir besser machen. Nö, es ist einfach nur niederschmetternd. Interessanter ist es da, von Verantwortung zu sprechen. Es ist meine Verantwortung und es ist deine Verantwortung. Vielleicht trage ich mehr Verantwortung in dieser einen Sache als du, vielleicht trägst du mehr Verantwortung als ich in dieser einen Sache. Das können wir analysieren, können wir darüber sprechen. Aber Schuld hilft uns nicht weiter. Und jetzt ist natürlich die größte Last, wenn du jemanden kennenlernen möchtest und wenn du dir selber diese ganzen Sätze immer wieder sagst, warum schaffen es die anderen, warum schaffe ich das nicht? Da ist diese Schuld auf deinen Schultern natürlich um ein Vielfaches verstärkt, weil wir natürlich unsere eigenen größten Kritiker sind. Also besonders die Männer mit Herz, die wir hier ansprechen. Das bist du höchstwahrscheinlich. Jemandem anderen die Schuld zu geben, das können wir auch, aber es ist nicht unsere allererste Inklination. Das machen wir, wenn wir wirklich sauer sind, aber uns selber die Schuld geben. Oh, da sind wir Weltmeister. Und dann nehmen wir sogar die Dinge, für die andere verantwortlich waren, auch noch auf uns drauf. Es ist auch noch meine Schuld, auch meine Schuld, alles meine Schuld. Und Schuld führt uns da einfach nicht weiter. Verantwortung schon, Schuld nicht. Vielleicht sollten wir das einmal unterscheiden, weil Kontrolle, Verantwortung, Schuld, das sind alles Begriffe, die viele als Eins nehmen, als Synonym füreinander. Und das ist höchstkritisch, besonders wenn du immer noch nicht den Frauenerfolg hast, den du haben möchtest, den Erfolg in der Liebe. Vielleicht können wir das einmal entfriemeln, Dominik. Lass uns, bevor wir das machen, doch gerade nochmal die bessere Variante der, ich glaube, das haben wir gerade nicht gemacht, die bessere Variante der gewaltfreien Kommunikation beleuchten. Also statt halt irgendwie zu sagen, du hast mich vernachlässigt, ist es besser zu sagen, ich fühle mich vernachlässigt. Weil dadurch zeigst du halt nicht mit dem Finger auf jemanden und sorgst dafür, dass die andere Person sich irgendwie verteidigen muss, möchte, weil sie das halt nicht so wahrnimmt. So sagst du halt, ich habe dieses Gefühl, in mir ist dieses Gefühl von Vernachlässigung. Und dagegen ist halt nichts einzuwenden, dagegen braucht sich halt niemand wehren, weil es ist ja völlig okay, dass du das fühlst. Und dann könnt ihr beide drüber sprechen, anstatt halt zu sagen, du bist schuld, du bist derjenige, der das in mir verursacht hat. Damit gibst du halt auch deine Macht über dich selber ab. Und wem du die Macht gibst oder wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Das ist ja ein alter Spruch. Und es ist ja besser, die Macht bei sich zu behalten. Genau, aber, genau, also das Thema oder die Begriffe von Schuld, Verantwortung und Kontrolle, also Schuld ist halt so, ist halt Opferhaltung. Bedeutet halt, wie wir es jetzt auch schon gerade mehrfach angeteast haben, dass, ja, du sagst über jemanden so, du bist schuld. Das heißt, wenn du das sagst, jemand anderem die Schuld gibst, dann bist du halt als Opfer fein raus. Du hast keinerlei Kontrolle über die Situation und du trägst keinerlei Verantwortung. Jeder andere hat halt die Kontrolle und die Verantwortung darüber oder diese gewisse Personengruppe, diese Person, was auch immer, hat die Verantwortung und Kontrolle darüber und dir passiert das einfach so. Du bist einfach nur Spielball der Umstände. Wie fühlt sich das an? Nicht so geil, glaube ich, oder? Und daher ist es halt besser, deine Verantwortung, deine Macht wieder zurückzunehmen und darauf zu sehen, dass du in jeder Situation mit einem anderen Menschen 100% Verantwortung über die Situation hast. Ihr beide, also wir reden jetzt über zwei Menschen, so du und eine Frau von mir aus oder du und deine Partnerin und ihr habt ein Missverständnis, einen Streit, vielleicht möchte man das so sagen. Und statt halt jemandem die Schuld oder ihr die Schuld zu geben, übernimmst du 100% Verantwortung über die Situation und im besten Fall sie halt auch 100% aber du kannst sie halt nicht dazu zwingen. Das wäre 100% Kontrolle über sie zu übernehmen und das ist, da kommen wir gleich drauf, das ist Manipulation oder versuchte Manipulation. Du kannst letzten Endes Menschen gar nicht manipulieren, aber darauf kommen wir gleich drauf. Aber dieses 100% Verantwortung übernehmen, das scheint jetzt vielleicht zunächst mal unlogisch oder nicht sinnvoll zu sein, weil wenn ich 100% übernehme, dann übernehme ich doch 100% der Schuld. Nein, nein, es können tatsächlich zwei Menschen 100% der Verantwortung übernehmen. Es muss nicht 50-50 sein. Wenn beide 100% übernehmen, das ist richtig gut. Und natürlich, wie können wir von jemandem erwarten, dass er oder sie das macht, wenn wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Das inspiriert, das inspiriert. Das ist ein Zeichen von Selbstführung, Stärke, Souveränität, sehr anziehend. Und wenn etwas anziehend ist, dann wollen wir auch so sein. Also wenn du 100% Verantwortung übernimmst, inspirierst du sie dazu und du bist attraktiv. Absolut, genau, das ist der richtige Begriff, also die Inspiration dahinter, weil dadurch bist du auch gleichzeitig entspannter. Du bist halt nicht im Überlebensmodus und kämpfst um dein Überleben, sondern du bist entspannt und kannst dir dann auch ihre Argumente anhören und so weiter und unterbrichst sie nicht und all das, was halt dann in so einem Streit dann halt auch mal passiert. Und wenn du halt 100% Verantwortung übernehmen, bedeutet halt, dass du über dich und über sie, über das, was sie sagt, was bei ihr ankommt, über das, was du sagst und was bei dir ankommt, übernimmst. Also das heißt, selbst wenn du, also du bist vielleicht derjenige, der gerade irgendwie diese Vernachlässigung spürt, wie wir es jetzt gerade im Beispiel hatten und du sagst und du könntest ihr sagen, du vernachlässigst mich, dann ist das halt ein Angriff. Dann kannst du halt hier, dann kannst du halt Schuld auf sie projizieren oder du kannst halt Verantwortung über dich übernehmen und über die Situation übernehmen und dich fragen, was möchte ich eigentlich mit dieser Aussage? Möchte ich mich einfach nur kurzfristig besser fühlen, indem ich meinen Frust abgeladen habe? Oder möchte ich die Verbindung mit ihr wieder stärken oder möchte ich die Verbindung mit ihr noch mehr stärken? Gleich das Zweite, hoffentlich. Und daher ist es dann in deiner 100% Verantwortung, dass du die Nachricht, die du aussprichst und auch entsprechend dein Verhalten, deine Körpersprache, deine Mimik, deine Tonalität so anpasst, dass sie liebevoll ist. Dass sie auch Verletzlichkeit zeigt und dass du dann zum Beispiel sagst, ich fühle mich vernachlässigt und dann sagst du halt das mit deiner Verletzlichkeit und drückst das halt so aus, dass du im besten Fall mit 100%iger Verantwortung und mit der Überzeugung, die du in dir selber trägst, sagen kannst, das wird bei ihr auch genauso positiv ankommen, wie ich es meine. Du hast keinerlei Kontrolle darüber, was sie mit dieser Information macht, aber du bist halt Teil der Nachricht. Also Sender und Empfänger, also du als Sender, der Aussprecher der Nachricht und sie als Empfänger, als Hörerin der Nachricht. Also Sender, Empfänger und Nachricht sind alles Teil der Nachricht. Und es ist deine Verantwortung, dass diese Nachricht möglichst zielführend verfasst wurde. Daher, du sprichst sie so aus, dass sie im besten Fall positiv auch bei ihr ankommt. Das ist nicht in deinem Kontrollbereich, da gehen wir gleich drauf ein. Und wenn sie jetzt 100% Kontrolle auch übernimmt, hoffentlich, wird sie das auch positiv aufnehmen, weil auch ihr Ziel ist, die Verbindung mit dir wieder zu stärken. Das heißt, auch sie wird im besten Fall dann auch Schritt für Schritt, wenn sie vielleicht noch nicht in der gewaltfreien Kommunikation drin ist, wird auch sie aber dann Schritt für Schritt da reinkommen, weil sie spürt, dass da Verletzlichkeit, dass da Liebe drin ist. Dass da Teamgedanke, Zusammenkunft, Beziehung drin ist, statt Schuldzuweisung und damit halt Wut und Separation. Und genau, also du kannst dir vorstellen, Verantwortung hast du in jeder Situation, ob du jetzt alleine bist, mit zwei Menschen oder mit der ganzen Welt. Du hast 100% Verantwortung darüber, wie du die Welt siehst, was du wahrnimmst, welche Informationen du zulässt, wie du die Informationen für dich selber interpretierst. Und du kannst halt so eine Information, die dir entgegengeworfen wird, entweder jetzt irgendwie von deiner Partnerin oder aus den Nachrichten oder was auch immer, so interpretieren, dass es schädlich für dich ist. Und dann kannst du wütend werden, wenn du das so interpretieren möchtest, oder du kannst es halt ignorieren, oder du kannst es positiv für dich formulieren. Wie wir es auch schon mehrfach als Beispiel zum Beispiel hier hatten, du möchtest eine Frau auf der Straße ansprechen und sagst Hallo und sie ignoriert dich. Du kannst es schädlich für dich interpretieren, selbstwertzerstörerisch für dich interpretieren. Oh, sie mag mich nicht, kein Wunder, ich bin ja auch einfach total abstoßend. Oder du kannst es selbstwertförderlich für dich interpretieren. Süß, sie ist wahrscheinlich so schüchtern, dass sie von einem Mann wie mir angesprochen wird, dass sie einfach in Schockstarre verfällt und nichts sagen kann. Süß. Ich gebe dir mal den Raum gerade. So, was fühlt sich besser an? Jetzt wirst du einerseits sagen, das Erste ist doch richtig, völlig egal, ob das Erste oder Zweite richtig ist. Es ist das richtig, womit du dich mehr beschäftigst, womit du dich mehr befasst. Nur weil sich das Schlimme, das Negative krasser anfühlt, ist es nicht die Wahrheit. Aber jetzt schweife ich gerade ab. Oh, ich möchte da gerade kurz anknüpfen. Kannst du den Gedanken, den du noch hast, kurz festhalten? Das scheint dann vielleicht sogar echt erleichternd zu sein, wenn du darüber einmal nachdenkst. Das heißt, okay, eines dieser selbstbewusstseinsförderlichen Glaubenssätze können sein, oh, sie mag mich so sehr, dass sie nervös ist. Was könnte es noch sein? Ich bin aber, da ist keine Frau, die mich jetzt gerade mag. Ich bin immer noch einsam. Ah, was ist selbstbewusstförderlich? Selbstbewusstseinsförderlich? Jeder Top findet seinen Deckel. Die Richtige kommt schon noch. Nicht suchen, dann findet sie dich. Oh, das sind hilfreiche Glaubenssätze. Das ist Glaube. Im Grunde genommen ist es dasselbe wie Glaube. Und das hilft natürlich, aber da bist du vielleicht zu leicht geneigt dazu, nicht nur dich von der Schuld zu befreien, was du darfst und solltest, sondern vielleicht gleichzeitig auch dich von der Verantwortung zu entziehen und zu sagen, das Schicksal entscheidet. Ich mache gar nichts. Jeder Top findet seinen Deckel. Wenn es sein soll, dann soll es sein, dann wird es mir irgendwann in den Schoß fallen. Und das ist auch nicht produktiv. Dann gehst du von einem Extrem ins andere Extrem. Von ich habe Schuld zu, ach, keiner hat Schuld, es ist alles gut. Keiner hat Schuld, aber es ist deine Verantwortung. Es ist auch ihre Verantwortung, wie gesagt, 100%, 100%. Im besten Fall. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir können aus einer Verantwortung heraus auch echt, echt viel leisten, wenn wir nicht die Schuld dazuhängen. Also wenn ich sage, weißt du, das ist die Basis von, wovon wir immer wieder sprechen, Prozessorientiertheit. Das Gegenteil von Ergebnisorientiertheit. Ergebnisorientiertheit ist, ich muss sie von mir überzeugen. Ich darf bei ihr es nicht verkacken. Ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben. Das ist die einzige Frau, mit der ich mich gematcht habe. Ich darf mir hier keinen Fehler erlauben. Und wenn ich hier einen Fehler mache, ach, Schuld. Das ist meine Schuld. Oder ihre Schuld. Aber Schuld. Das fühlt sich nicht gut an. Hätte ich das besser machen sollen. Oh, hätte, hätte. Das ist Ergebnisorientiertheit. Nicht konstruktiv. Prozessorientiertheit liegt halt in der Verantwortung, nicht in der Schuld. Prozessorientiertheit bedeutet, ey, ich habe es in meiner eigenen Macht, so viele Frauen kennenzulernen, wie ich möchte. Das liegt tatsächlich in meiner Verantwortung und ich habe darüber auch einen gewissen Grad an Kontrolle. Klar, nicht jede will mich kennenlernen, natürlich. Aber ich kann so viele kennenlernen, wie ich möchte. Weil ich kann jede freie Minute dazu nutzen, zu sozialen Aktivitäten zu gehen. Salsa, Bachata, Tanzkurse. Ich kann zu irgendwelchen Meetups gehen. Online gibt es so viele. Ich kann, wenn ich mich damit sogar schon mal befasst habe und vielleicht beim Coaching war, bei den Männern hier, bei uns, dann kann ich vielleicht sogar auf fremde Frauen zugehen. Und einfach beim Spazieren gehen, im Park, beim Bergsteigen, beim Wandern, beim Radfahren kann ich auf andere Frauen zugehen. Und dann habe ich unlimitierte Möglichkeiten. Das ist unsere Verantwortung und das liegt auch in unserer Kontrolle und das ist was anderes als Schuld. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verheddern in den Gefühlen, die Schuld verursachen, sondern dass wir die einmal betrachten und sagen, ich habe daran keine Schuld. Meine Eltern haben es mir nicht besser beibringen können. Mein Vater war in einem sehr technischen Beruf. Ich habe mich am Anfang, als ich ein Kind war, das bin jetzt nicht ich, das sind viele unserer Männer, viele unserer Teilnehmer. Ich habe mich früher nie wirklich mit meinem Vater verstehen können. Ich habe mit ihm nicht viel anfangen können. Meine Mama war immer die Bezugsperson. Jetzt, wo ich älter bin, habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Jetzt verstehe ich mich viel besser mit ihm, weil er eben eher schüchtern, zurückhaltend, rational, logisch ist und als Kind wollte ich einfach spielen und war anders drauf. Das ist nicht seine Schuld und es ist auch nicht die Schuld deiner Mutter, dass sie dich vielleicht zu viel bemuttert hat, dass sie dann vielleicht auch die dominante Rolle eingenommen hat, weil es der Vater nicht gemacht hat. Das ist auch nicht ihre Schuld. Das waren die Umstände. Sie und er, sie waren da, sie waren beteiligt. Da ist auch Verantwortung, aber nicht schuld. Und bei dir ist genauso. Verantwortung, Möglichkeiten, aber keine Schuld. Und das macht es dir leichter zu vergeben und das macht es dir, wenn du fähig bist, anderen zu vergeben, deinen Eltern zum Beispiel zu vergeben, ist es auch viel leichter, dir selber zu vergeben. Und in Leichtigkeit ist einfach nochmal zu versuchen und nochmal und nochmal und nochmal und gar nicht zu denken, jetzt muss ich es einmal noch versuchen und noch einmal und jetzt beim dritten Mal bin ich so enttäuscht, jetzt gebe ich doch wieder auf. Dann warst du doch wieder, mein Lieber, bei der Ergebnisorientiertheit. Nein, prozessorientiert heißt, ich versuche es so lange, bis ich sie gefunden habe. Natürlich. Und während ich das versuche und ich nehme dafür sogar sehr gerne fünf Jahre und suche den Spaß da drin und die Freude darin und mache es zu etwas, was ich anfange zu lieben, Frauen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, mich selber zu entfalten, mich zu entwickeln, mutiger zu werden, Spaß an Interaktion zu haben. Ich habe immer gedacht, ich wäre introvertiert, jetzt stellt sich raus, ich habe vielleicht auch Extraversionanteile, das ist spannend, du lernst dich selber kennen, du lernst Frauen kennen, du lernst das kennen, was du an der Liebe immer mochtest, du lernst Zweisamkeit, Intimität kennen, entlang der Reise, das ist Prozessorientiertheit, haben wir sehr viel schon darüber geredet. Okay, Dominik. Genau, und jetzt hast du gerade schon, bevor wir auf die Kontrolle, auf das andere eingehen im Bereich von Kontrolle und Verantwortung, in der Kontrolle und Verantwortungsmatrix, die ich jetzt so einfach benenne, möchte ich gerade nochmal darauf eingehen, bevor wir das verlieren, weil es gerade zu diesem Beispiel passt, was du genannt hast. So, meine Eltern, mein Vater hätte mehr extrovertierter sein sollen oder hätte mehr sich mit mir beschäftigen sollen. Das sind dann vielleicht solche Gedanken, die jetzt du in diesem Beispiel hast. Und allein dieses Hätte ist eine Schuldzuweisung. Ich hätte das machen sollen, du hättest das machen sollen, ich sollte das tun, hätte das tun sollen. So, ne, das sind Schuldzuweisungen. Wenn du das in deiner Sprache wiederfindest oder das bei anderen hörst, denke direkt, Schuld. Hier wird irgendjemandem Schuld in die Schule geschoben. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja Verantwortung übernehmen. Und warum ist das Schuld? Oder was passiert dann dadurch vielmehr? Ist Selbstgeißelung. Also jemand, der in Schuld unterwegs ist, dessen weiteres Gefühlsleben wird bestimmt von Reue, von Selbstbedauern oder Selbstmitleid, von Masochismus. Was ist vielleicht ein Bild, was du bekommst, wenn du an Schuld denkst? Oder ein anderes Wort für Schuld ist auch Sünde. Also was bekommst du für ein Bild? Da bekommst du vielleicht das Bild von jemandem, der gläubig ist und an einen Gott betet und sich dann selbst geißelt für seine Sünde. Also er hat dann diese Peitsche und haut sich die selber dann auf den Rücken die ganze Zeit und muss dann diesen Schmerz fühlen. Und das ist das, was Schuld mit uns macht. Wir glauben, dass wir dann ein stärkeres, negatives Gefühl spüren müssen und das der ganzen Welt zeigen müssen. Oder entweder der ganzen Welt zeigen müssen oder so tief leise in uns selber leiden müssen, damit wir unsere Erlösung bekommen. Und wir sind also jemand, der in Schuld denkt und Schuld zuweist. Der sorgt auch dafür, dass er andere wütend macht, dass er selber wütend wird. Also er provoziert Wut und diese aufflammenden Emotionen in anderen, in seiner Umgebung oder stark in sich selber. Also er wird dann halt so zum Beispiel selbst schnell im Straßenverkehr schnell wütend, so weil jemand ihm die Vorfahrt genommen hat. Oder was halt auch Schuld ist, ist halt irgendwie so diese Aussage von jemand, jemand fährt ja auf der Autobahn, du bist schon auf der Überholspur, jemand kommt ganz nah und macht dann Lichthupe. Und dann diese Schuldzuweisung oder diese Beschimpfung, diese Verurteilung von du Arschloch oder sowas. Und das sind, wem hilft das? Du trinkst damit halt dein eigenes Gift. Also jemandem beschimpfen, jemandem die Schuld geben, jemanden verurteilen, ist entsprechend so Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Und du könntest halt aber auch denken, dieser jemand fährt gerade dicht auf, weil er schnell ins Krankenhaus muss, weil seine Tochter eingeliefert wurde und er sich super Sorgen macht. So du weißt das halt nicht, was passiert. Und jetzt wirst du vielleicht in deiner, also ich habe genau das, dieses Beispiel habe ich mal jemand anderem erzählt und er hat dann direkt so fünf Beispiele aufgezählt. Ja, aber jedes Mal, wenn der das gemacht hat, dann, ich habe dann dreimal gesehen, wie er dann im Graben gelandet ist oder wie er einen Unfall verursacht hat und so weiter. So die Leute, die das machen, die sind halt Arschlöcher. So, nee, das stimmt halt nicht. Du hast halt fünf Beispiele gefunden, die du in deiner Wahrnehmung so gesehen hast. Du wirst, du wirst hundert andere Beispiele so gehabt haben, die dir nicht gerade so einfallen, weil du nicht gerade, weil die halt nicht in dein Bild von Schuld gepasst haben. Weil die halt nicht da reingepasst haben, dass jemand etwas Schlechtes tun könnte. So, wenn ich in Schuld denke, denke ich über mich selber, ich bin schlecht oder du bist schlecht. Und das heißt, jemand anderes, also das ist Projektion, darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche gesprochen auch. Das ist Projektion. Wenn ich in Schuld denke, in Kategorien von Schuld denke, dann zeige ich mit dem Finger auf jemand anderen, weil ich selber auch darüber denke, dass ich die ganze Zeit etwas Schlechtes tue. Dass ich schlechte Dinge in der Welt tue und bestraft werden muss. Deswegen müssen auch andere bestraft werden. Und deswegen kreiere ich auch dann Wut in mir, bin sehr schnell wütend und kreiere auch sehr schnell Wut in anderen. Das ist so wichtig, dass wir das loswerden, weil, also Wut führt zu Gewalt und Gewalt führt zu Gegengewalt. Und dadurch werden wir dann diese Spirale von Schuld und Wut und was auch immer und dem ganzen Hass gar nicht los. Und, ja, also diese, darüber könnte ich noch Stunden sprechen, aber Andi hat schon, und du, Andi, hast schon gerade das richtige Wort dazu genannt. Das ist halt Vergebung. Und Vergebung ist halt so den Schritt machen und, also bevor halt ein Schaden entstanden ist, schon in dem Mindset drin sein, alles wird gut, ist schon okay. Es ist nicht deine Schuld. Hättest du es besser gewusst, hättest du besser gehandelt. Es ist eine Grundannahme über die Welt, zu sagen, also weil wir das ja auch machen. Diese Person, die gerade XY gemacht hat und dann dieser Schaden entstanden ist, die wusste es nicht besser. Hätte sie es besser gewusst, hätte sie es besser gemacht. Wir handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt nicht, dass halt dann kein Schaden entsteht. Natürlich. Aber jetzt ist halt so eine Sache, so ein Schaden entstanden und wir können daraus lernen. Wir können schauen, okay, so geht es anscheinend nicht. Aber diese Person hat halt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch eine Frau ansprichst oder was auch immer. Oder irgendwie, du bist Mitte 30, Mitte 40 und hast halt immer noch keine Partnerin. und denkst dann vielleicht irgendwie, okay, das beste Mittel, um eine Freundin, eine Partnerin zu finden, ist am Wochenende zu Hause zu bleiben. Dann handelst du in diesem Moment nach bestem Wissen und Gewissen. Und nach zehn Wochen spätestens stellst du hoffentlich fest, dass das am Wochenende draußen bleiben oder generell sich zu Hause einzuschließen, nicht die beste Entscheidung ist, um jemanden kennenzulernen. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich wusste es nicht besser. Es klang nach einer guten Idee zu dieser Zeit. Und jetzt habe ich neue Datensätze und jetzt kann ich bessere Entscheidungen treffen. Ich habe besseres Wissen. Ich habe ein besseres Gehwissen. Ich weiß jetzt eventuell besser, was funktioniert, beziehungsweise ich weiß, was nicht funktioniert. Und da dürfen wir uns selber vergeben, die Schuld vergeben. Weil uns trifft halt diese Schuld nicht. Ja, in erster Instanz. In erster Instanz, damit wir aus dieser Schwere rauskommen und in die Leichtigkeit überhaupt, dass wir die Tür überhaupt öffnen können für die Leichtigkeit, wo dann das Herz eines Flirts und des verführerischen Tanzes überhaupt drin steckt, dürfen wir diese Schuld loslassen. Im zweiten Schritt, wie du gerade gesagt hast, Dominik, ich wusste es nicht besser, dann ist aber auch unsere Verantwortung, dass wir es lernen. Der Information entgegen gehen. Ja, und wenn du gar keine Ahnung hast, wie du mit Frauen reden sollst, wenn du keine Ahnung hast oder eine Ahnung hast, aber scheinbar bringt es dich nicht weiter, dann such dir die Information, die du brauchst. Und vielleicht liegen diese Informationen ja nicht in noch mehr gesellschaftskritische Gesellschaftskontexte, die du in den Medien, in den Nachrichten oder in irgendwelchen YouTube-Videos über wie Frauen ticken und so weiter dir aneignest, sondern in der Erfahrung an dir selber. Das heißt, wie interagierst du denn mit Frauen unter unterschiedlichen Gesichtspunkten, unter unterschiedlichen Szenarien? Und das erfordert natürlich auch Mut. Klar? Wenn du den Mut gerade noch nicht spürst, dann weißt du, da ist etwas, woran du arbeiten darfst. Denn so darf es nicht weitergehen, das sind wir uns ja einig. Wenn wir wirklich irgendwann ins Grab umfallen und dann liegen wir da und unsere Mitmenschen sind nicht stolz auf uns, sind nicht dankbar, in unserer Nähe gewesen zu sein. Du, deine Gesundheit hängt davon ab, dass du eine Partnerin findest oder einen Partner. Wir sind nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Freunde sind wichtig, intime Partner sind wichtig. Deine Gesundheit hängt davon tatsächlich auch ab. Viele Forschungen deuten darauf hin. Ganz klar ist es nicht nur auch deine Gesundheit, sondern auch, wenn du das Ganze weitergibst, irgendwann auch deine Kinder. Deine Kinder sind von dir abhängig in der Instanz, dass sie von dir lernen, genauso wie du es von deinen Eltern gelernt hast, wie du mit Frauen umgehst, wie sie mit Frauen umgehen sollen oder mit Partnern umgehen sollen. Und wenn sie das nicht lernen von dir, dann werden sie dieselben Schwierigkeiten haben, die du jetzt hast. Du hast die Möglichkeit, das Ganze zu durchtrennen und einen neuen Kreislauf zu erschaffen, wo deine Kinder es leichter haben werden. Also ist es unsere Verantwortung, das zu lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Das muss nicht schwer sein. Es muss nicht so ein Krampf sein, wie es aktuell der Fall ist. Dir fehlen aber aktuell noch die Informationen. Dir fehlt einfach ein Leitfaden. Wir sprechen immer wieder von Gewohnheiten. Du brauchst einen Leitfaden für neue Gewohnheiten, mein Lieber. Und den bekommst du nur, wenn du danach suchst, wenn du Bock hast und du sagst, ich will jetzt was verändern. Ich will aktiv an mir etwas verändern und nicht nur die Schuld woanders suchen oder die Schuld bei mir suchen. Schuld ist jetzt mal egal. Ich nehme meine Verantwortung an. Was kann ich denn tun? Und das kann super leicht sein. Es kann mal ab und zu ein bisschen schwer sein. Aber es macht Spaß, wenn du den richtigen Leitfaden hast. Ich kann es nur aus ganzem Herzen dir empfehlen, weil es funktioniert. Weil wir das jetzt schon an tausenden von Männern schon erprobt haben und bewiesen haben. Hol dir den kostenlosen Leitfaden bei uns. Du kannst den in der kostenlosen Flirt- und Charisma-Analyse für dich anschauen, genießen und dann selber ausprobieren. So, das ist eine Empfehlung. Ganz genau. Also das haben über die letzten über 13 Jahre, die wir da schon machen, hunderte von Männern gemacht. Wir kennen genau dich. Wir haben dein Problem schon hunderte Male gelöst. Und du hast nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Und das ist doch eine geile Ausgangssituation. Du kannst halt nur mehr Informationen über dich sammeln und kannst dann bessere Entscheidungen treffen. Das ist doch genau das, worüber wir auch heute jetzt gesprochen haben und seit einiger Zeit jetzt auch schon sprechen. Dass du halt bessere Informationen findest und dann halt nicht mehr die blöden alten Entscheidungen triffst, die halt zu genau diesem Leben führen, wo du dich nicht so gut fühlst. Und stattdessen einfach bessere Entscheidungen triffst. Und da kommen wir dann auch schon in den Bereich der Kontrolle von der, wie ich es gerade genannt habe, Kontrolle und Verantwortungsmatrix. Und zwar nämlich, dass, also wir haben 100 Prozent Verantwortung über jede Situation, die uns beschäftigt. Oder gerade nochmal ein Satz dazu. Das ist ja auch die Grundannahme, 100 Prozent Verantwortung, also radikale Verantwortung zu übernehmen. Der Grundsatz der Huna-Philosophie, der hawaiianischen Huna-Philosophie, Ho'oponopono, wenn dir das was sagt. Also alles, was in deiner Wahrnehmung ist, dafür bist du verantwortlich. Und wenn du etwas nicht magst, dann gilt es halt daran, das in dir zu heilen. Aber das wird gerade ein bisschen zu abstrakt. Aber ja, du hast, also das ist schon alt, ganz alt, dieses Konzept. So selbst in so einer Philosophie wie der Huna-Philosophie in Hawaii, auf Hawaii und bei Hawaii. So, Kontrolle. Wie erschöpft du geklungen hast. Ach, das auch noch. Auch bei. Das ist bestimmt auch in der Nähe gewesen. So, Kontrolle. Wir haben über jede Situation 100 Prozent Verantwortung. Und in einer Situation, die nur mit uns zu tun hat, haben wir 100 Prozent Kontrolle über die Situation. Weil wir haben 100 Prozent Kontrolle über uns selbst. Und wir haben, wenn es jetzt so, gehen wir wieder in das Beispiel mit dem Streit mit deiner Partnerin. In dieser Situation, weil eine andere Person da mit dabei ist, hast du nur 50 Prozent Kontrolle über die Situation. Und das ist das, was viele verwechseln. Und viele verwechseln dieses 100 Prozent Verantwortung mit 50 Prozent Kontrolle. Sie glauben in vielen Bereichen, dass sie 100 Prozent Kontrolle darüber hätten. Ich muss doch, also gerade Männer, ich muss doch irgendwie dafür sorgen, dass sie mit zu mir nach Hause kommt. Ich muss sie schon dazu bringen, dass sie Ja sagt. Oder dass sie klein bei gibt. So, das ist alles meine Aufgabe. Und, ähm, aber mit all dem, also halt auch irgendwie Sprüche auswendig lernen im Internet oder was auch immer. So, ähm, und dann darauf hoffen und dann irgendwie enttäuscht sein, dass, ähm, dass das alles nicht so klappt, wie wir uns das so glorreich vorgestellt haben. Ähm, das ist alles die Illusion oder der Irrtum von, dass du irgendwie mehr als 50 Prozent Kontrolle über eine Situation hättest, über eine andere Person hättest. Also über die Situation hättest mit einer anderen Person. So, ähm, ihr habt beide. 50 Prozent. Nicht mehr, nicht weniger. Und der Glaube, dass du halt mehr Kontrolle haben könntest, das nennen wir Manipulation. Und weil du nicht mehr Kontrolle haben kannst, ist entsprechend das, was wir als Manipulation bezeichnen, ähm, gar nicht machbar. Es ist eher dann der Fall, dass die Person, die ihre 50 Prozent Kontrolle hat, sich in irgendeiner Weise bewusst oder unterbewusst dafür entscheidet, klein beizugeben. Oder nicht sich selbst zu vertrauen. Oder zu glaubwürdig zu sein, zu naiv zu sein. Oder was auch immer. Ähm, und das ist halt alles dann auch in, also in deiner Verantwortung. Was du machen möchtest mit dieser anderen Person. Und auch in ihrer Verantwortung, was sie mit sich machen lässt. 50 Prozent Kontrolle bedeutet, dass du Vorschläge machst. Das ist das auch, was viele Männer dann halt auch irgendwie irgendwie in den Wahnsinn treibt. Und glaubt, dass sie irgendwie keine guten Männer sind oder keine echten Kerle sind oder was auch immer. So, wenn sie irgendwie, ähm, sie kommen dann nach dem Date zum Beispiel nach Hause und sagen dann, ja, ich hab sie nicht geküsst. Ja, aber das ist halt nicht dein Kontrollbereich, sie zu küssen. Dein Kontrollbereich ist zum Kuss anzusetzen. Sie hat doch Mitspracherecht. Damit. Und wenn du das halt, wenn du das halt so umformulierst. So irgendwie, ähm, oder, oder, du hast ihre Nummer nicht bekommen. So, ja genau. Du hast ihre Nummer halt nicht bekommen. Aber du hast halt immerhin, ähm, dazu angesetzt und vorgeschlagen, Nummern zu tauschen. Wie das auch immer aussah. Im Detail können wir das halt auch, äh, gehen wir darauf im Coaching ein. Wie das, wie du das im besten Fall machst. Ich bin da so, ich bin da so herrlich, ähm, faul und, äh, und mach's mir da super leicht und bin, 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 bin überhaupt kein Draufgänger, wenn's um sowas geht. Also, die paar Videos, die du von mir im Internet siehst. Ja, ich kann das, wenn, 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 wenn ich bin, wenn ich das Gefühl habe, ich, hier werde ich gefragt, ne, dann kann ich auch handeln. Dann mach ich was Nötiges. Aber, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit drauf vorpreschen und lauter Frauen auf der Straße ansprechen. Hey, willst du mir nicht auf ein Date gehen, willst du mir nicht auf ein Date gehen? Ne, 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 ich mach's mir leichter, ne. Die Situation, die du gerade beschrieben hast, zum Kuss anzusetzen, das liegt in deiner Kontrolle. Ich mach's mir noch leichter, noch viel leichter. In meiner Kontrolle ist es, küssen zu thematisieren. Und dann zu gucken, wie sie darauf reagiert. Und dann, genau, kannst du eigentlich gut küssen? Wie gut kannst du küssen? Okay, dann redet ich darüber. Was schätzt du, wie gut ich gut küssen kann? Ganz süß, ganz schüchtern, ne, ganz, ganz, ganz unscheinbar. Dann schau, wie das ankommt, ne. Zum Beispiel dann auch, du siehst so aus, als ob du mich gerade küssen möchtest, ne. Oder was glaubst du, wie gut, also, wenn Menschen sich küssen, dann glaube ich ja nicht, dass es gute Küsse und schlechte Küsse gibt. Ich denke, es gibt Kompatibilität, ne. Menschen harmonieren gut und das zeigt sich dann beim Tanz, beim Sex, beim Kuss oder eben nicht. Und ein guter Küsser gibt es nicht, sondern es gibt eben nur passende Küsser, ne, die auf einer Wellenlänge sind. So, ja. Und dann hast du das thematisiert. Und dann kannst du anhand von ihren Reaktionen schon viel eher erkennen, ob sie darauf Lust hat, sich mit dir zu küssen oder nicht. Mach es dir leicht. Du hast Kontrolle, mein Lieber. Du hast so viele Möglichkeiten. Natürlich, im Coaching bringen wir dir 1001 Möglichkeiten bei. Aber diese Fähigkeiten hast du jetzt schon. Du kannst, ne. Mach es dir nicht so schwer, indem du die volle Verantwortung und Schuld auf deine Schultern nimmst, dass du sagst, ich hätte sie küssen sollen. Nonsense. Nonsense, wie Dominik sagt. Nee, brauchst du nicht. Es ist halt ein Tanz. Ihr seid beide im selben Boot. Und ihr wollt beide in die gleiche Richtung oder findet heraus, ob ihr beide in die gleiche Richtung wollt. Und wenn nicht, dann seid ihr halt im falschen Boot und sucht euch ein Boot, das euch in eure Richtung bringt. Und daran ist ja auch nichts Verkehrtes. Und das ist halt dann auch der Punkt mit der 50%-Kontrolle. Du setzt zum Kuss an oder thematisierst das jetzt auch, wie Andi gesagt hat. Das ist alles so, dass das Thema mit ins Boot bringen und dann schauen, was sie damit macht. Also es ist eine Einladung. Und weil ihr beide souveräne Menschen seid. Das ist ja der Punkt. Auf diese Ideen kommst du aber auch erst, wenn du offerst, die Schuld auf deine Schulter zu nehmen. Ja. Weil wenn du denkst, es ist meine Schuld, dann hast du Scheuklappen. Ich hätte es tun sollen. Dann bist du komplett auf der falschen Spur, was überhaupt deinen Kontrollbereich angeht. Es war 100% meine Kontrolle, meine Verantwortung. Ich hätte das machen sollen. Nonsense. Sie gehört auch dazu. Aber weil du schon die Scheuklappen auf hast, da ist kein Spielraum mehr für Möglichkeiten. Für Alternativen. Dafür kreativ zu sein, wie du denn zum Kuss ansetzen kannst. Wie du das Thema Küssen initiieren kannst. Darauf kommst du erst, wenn du loslässt von der Schuld. Dann werden wir kreativ. Dann werden wir auch kreativ im Gespräch. Was soll ich sagen? Wenn du denkst, es ist meine Verantwortung, die ganze Zeit wie ein Äffchen sie zu entertainen im Gespräch oder beim Chatten, dann bist du genau da auf dem Holzweg. Deswegen bist du nicht kreativ. Deswegen bist du nicht schlagfertig. Deswegen bist du nicht interessant, nicht flirty. Weil du glaubst, du müsstest es sein. Weil du glaubst, wenn du es nicht bist, hast du die Schuld. Aber das ist nicht so. Es ist gut, dass du Verantwortung übernehmen möchtest. Es ist gut, dass du deine 50% der Kontrolle tragen willst. Aber wenn es nach X Versuchen immer noch nicht funktioniert, dann machst du vielleicht einfach etwas verkehrt. Und das ist okay. Das ist nicht deine Schuld. Lerne, wie es richtig geht. Flirten kann man lernen. 100%. Flirtelemente kannst du lernen. Du kannst lernen, was die Basisregeln von flirtiger Kommunikation sind. Sei es Vakuum halten, sei es ja und Regeln. Das kannst du alles lernen. Es geht. Es gibt da wirklich keinen Grund, einfach dir selber irgendwie die Schuld zu geben, wenn du irgendwie bei deinen Freunden eingeladen bist. Und alle deine Freunde sind verheiratet und die laden dich dazu ein, gerade jetzt im Sommer wieder zu grillen und so weiter. Und du bist immer noch Single und dich da einfach schuldig zu fühlen und dich selbst zu geißeln dafür. Und dich da einfach schlecht zu fühlen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Du hast die Entscheidungen in deiner Vergangenheit. Dein Leben jetzt ist die Summe der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Das ist erstmal die harte Realität. Aber das ist nicht schlimm. Weil das bedeutet einfach, dass du herausgefunden hast, dass du so nicht zu dem Ziel Zweisamkeit gelangst. Das ist doch super. Aber du hast es halt nicht gewusst vorher. Du hast Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und all die Entscheidungen, die du letzten von mir aus 30 Jahren getroffen hast, haben sich vielleicht nach einer guten Idee zu dieser Zeit angehört. Selbst wenn du rational es besser wusstest, in Anführungszeichen, dass du gesagt hast, ja ich sollte eigentlich schon rausgehen und Frauen ansprechen. Ich sollte eigentlich schon irgendwie zumindest mich halt irgendwie mehr unter Menschen begeben. Und hast es dann nicht gemacht. Das heißt, du hast es vielleicht gewusst, aber es war noch nicht in deinem Gewissen drin. Es war noch nicht in deinen Emotionen drin. Es war noch keine Weisheit von dir. Und das heißt, es ist noch nicht auf Handlungsebene angekommen. Also hast du es nicht besser gewusst. Und das ist okay. Es ist aber wichtig, dass du das anerkennst. Dass du sagst, okay, das alles habe ich jetzt gemacht in der Vergangenheit. Und das ist okay. Ich kann mir vergeben dafür. Ich muss meine Vergangenheit nicht weitertragen. Weil dann wird meine Vergangenheit auch meine Zukunft. Wenn ich weiter darüber mir die Schuld selber in die Schuhe schiebe. Und selber mich halt selbst geißel. Und sage, ich bin so ein Sünder dafür, dass ich das gemacht habe. Hätte, sollte und so weiter. Und einfach du in dieser Vergangenheit drin bleibst. Dann wird deine Vergangenheit auch deine Zukunft. Und es ist wichtig, dass du die Entscheidung triffst, dass deine Vergangenheit deine Vergangenheit bleibt. Und du jetzt eine neue Zukunft schreibst. Das ist deine Entscheidung. Du hast 100% Verantwortung und 100% Kontrolle darüber, dass du diese Entscheidung triffst. Niemand anderes. Niemand anderes ist Schuld daran, dass du dieses Leben so lebst, wie du gerade. Dass du dieses Leben lebst. Du hast aber 100% Verantwortung und Kontrolle darüber. Etwas, was du nicht magst, zu ändern. Leg los, Mann. Leg los. Ich finde, das ist eine mega geile Botschaft. Es kann sein, dass es noch mehrere Dinge gibt, die du erstmal ablegen musst. Mehrere Blockaden, mehrere Glaubenssätze. Es kann sein. Aus diesem Grund ist es auch nicht einfach nur eine Reise des Machens, Machens, Machens. Ich bin großer Fan des Machens. Macher kommen ans Ziel. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da auch einfach Ballast ist, wer dich oft einfach noch zurückhält. Bom, machen. Und deswegen gibt es mehrere Säulen, auf denen so eine Entwicklung aufgebaut ist. Auf der so eine Progression des Lernens und zu diesem Mann zu werden, den Frauen wollen, aufgebaut ist. Deswegen machen wir beide diesen Podcast. Deswegen hast du mich, den praktischen Macher, sagen wir mal, der diese ganzen Details in der Verführung kennt. Und dann hast du natürlich die Basis des Ganzen, was dich innerlich zurückhält, in den, was Dominik dir hier mitgibt. Weil er sein Verständnis natürlich... Derjenige, der nur zu Hause bleibt und nicht macht. Der Stubenhocker unter uns. Nein, natürlich nicht. Aber das ist deine Expertise. Diese Expertise, was sich im Innenleben dich aufhält, wirklich da loszulassen und in Freiheit, in emotionaler Freiheit und Leichtigkeit dann auf Frauen zuzugehen. Und diese Basis, die spiegelt sich natürlich auch in deiner eigenen Entwicklung wieder. Wenn du nur auf das eine Wert legst oder nur auf das andere, dann bleibst du stehen. Irgendwann, das ist wie ein Schlüssel, der ins Schlüsselloch gesteckt wird und es greifen aber nur die Hälfte der Zacken. Dann dreht sich der Schlüssel auch nicht um. So. Wenn du wissen möchtest, wie wir dir dabei helfen können, dann geh auf www.flirtanalyse.de. Link findest du in der Beschreibung. Da bekommst du einfach deinen Leitfaden, wie du auf Frauen positiv wirkst, wie du vielleicht jetzt schon charismatisch auf Frauen wirkst und was dir gar nicht bewusst ist und welche Stellschrauben wir dort in sehr kurzer Zeit auch umlegen können, damit du frei aus dir heraus dieses Charisma nutzen kannst und die Frau auch erobern kannst, die du erobern möchtest, mein Lieber. Damit du nicht mehr derjenige bist, der von Frauen, wenn es klappt, ausgesucht wird, sondern du derjenige sein kannst, der endlich mal die Frau aussucht. Es liegt in deiner Kontrolle. Es liegt auch in deiner Verantwortung. Und es darf Spaß machen. Das tut es auch. Also, fahr vorsichtig. Wir sehen uns in der Charisma-Analyse oder nächste Woche hier unter diesen Videos im Kommentarbereich. Schreib uns, falls du irgendeinen Themenvorschlag hast. Bin gespannt. Oder? Wir sehen uns, bis.. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.